Das Video wird der Start von so einer kleinen neuen Reihe und zwar will ich euch einfach mal meine ganzen Module, die ich in meine Mission normalerweise einbaue, ein bisschen zeigen. Da das aber doch ein bisschen zu viele sind für ein Video, mache ich da mehrere Videos draus. Genau, dann würde ich mal sagen, fange ich ganz oben an und zwar bei Ambient. Da haben wir einfach einmal die Civilian Presents, sprich mit dem Modul kann man so ein bisschen Zivilbevölkerung in so einer Stadt erschaffen. So, dann kann man das einmal hinsetzen, dann wie gewohnt mit Leertaste durchklicken, bis man hier hinkommt, die Größe anpassen. Ich mache jetzt mal einfach den Bereich hier und dann kann man einen Doppelklick drauf machen. So, hier kann man eben erstmal einstellen, wie viele Zivilisten gespawnt werden sollen insgesamt von dem Modul. Kann man 0 bis 30, ich mache einfach mal 20. Dann hat man hier die Option Use Panic Action, sprich wenn man neben denen rumschießt oder eine Bombe explodiert oder was auch immer, dass sie dann die Hände hochreißen und wild eben zu sicheren Waypoints laufen. Dann kann man hier eben diese Einstellung wählen. Das macht die Einheiten ein bisschen dümmer in Anführungszeichen. Die Zivilisten, dafür brauchen die dann auch weniger Leistung. Und Debug, das ist echt nur, wenn es einen interessiert, eben wie die jetzt verknüpft sind, die einzelnen. Also dann werden eben Linien zwischen den Zivilisten gezogen, die erschaffen wurden. Und ja, eigentlich braucht man es nicht. Als nächstes braucht man dann Position, wo man eben diese Zivilisten langlaufen lässt. Das sind eben dann Waypoints quasi für die. Setzt man hin, macht mal einen Doppelklick drauf und dann setzt man die einmal auf Waypoint. Kapazität würde ich eigentlich nie höher als 2 machen, weil warum sollen da 3, 4, 5 Leute auf einmal an einem Punkt stehen? Dann hier die Option Wegmachen, weil ansonsten, wenn ich den jetzt hier hinsetze, eben diesen Waypoint, würde der automatisch dieses Haus erkennen und den Waypoint eben hier reinsetzen. Wollen wir nicht. Deswegen lasse ich es eben weg. Und dann hat man noch die Option, dass es eben, wenn dann ein Zivilist, der erschaffen wurde, diesen Waypoint betritt, dann wird der vernichtet und beim Spawnpunkt kommt eben ein neuer raus. Das wollen wir natürlich aber auch nicht mitten auf der Straße. So, genau. Und jetzt, wo wir das so eingestellt haben, mache ich da einfach mal hier links, STRG C und dann mache ich überall so an die Häuserkanten eben mal Waypoints hin, wo dann die Zivilisten langlaufen können. Hier, hier mache ich ein, hier, hier, zack, 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 zack. Da, hier hinten, hier. Einfach ein paar verteilen. Und dann haben wir eben noch eine zweite Möglichkeit. Wieder ein neues Hinsetzen. Doppelklick drauf. Und zwar brauchen wir noch Coverpoints. Das sind eben Punkte, wo die hinrennen, wenn geschossen wird und sie in Panik sind. Da ist natürlich sinnvoll, dann dieses Use Closest Building anzulassen, damit die eben in das nächste Gebäude dann reinrennen. Genau, ich mache das einfach mal als Cover und Waypoint, damit eben die Zivilisten auch in Häuser reinbringen. Da mache ich die Capacity auch auf 2. Und dann setze ich das mal hier in das Haus. Kopiere das hier links wieder mit STRG C und setze einfach in jedes Haus so ein Ding rein. Zack, 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 zack. So, das passt ja jetzt erstmal. Genau, und was wir dann noch brauchen, sind natürlich Spawnpunkte. Die kann man jetzt setzen, wie man will. Also es macht natürlich Sinn, sie in Häuser zu setzen. Ich setze sie jetzt einfach mal drumherum. Können wir auch einen Doppelklick drauf machen, aber da hat man, meine ich, keine Einstellungsmöglichkeit. Genau, so kopiere ich einfach mal und setze ein paar hier um die Stadt drumherum. Zack, zack. So, und dann setze ich mich selber als Einheit mal hier hin und wir gucken, was passiert. Ja, ne, also soweit so gut. Das klappt schon mal. Ja, genau, also das ist eben das ganze Ambient hier. Und das zweite, was ich noch in diesem Video auf jeden Fall zeigen will, ist das Play Radio Message Modul. Das setze ich einfach mal hier hin und dann können wir da einen Doppelklick drauf machen. Und wählen wir erstmal eine Seite aus. Also jede Einheit von dieser Fraktion wird eben diese Radio Message hören, egal wo sie auf der Karte ist. Wir wählen Blue vor, weil wir spielen gerade Blue vor. Und dann kann man hier eben bei Sentence draufklicken und irgendeinen Satz auswählen. Ne, das ist eben Unterstützung ist auf dem Weg. Ziel, äh, fehlgeschlagen. Findet das Ziel. Ich mach einfach mal hier, ähm, was nehm ich? Seize the Area. Ach ne, Defend the Location nehm ich mal. So, damit die Nachricht nicht einfach direkt zum Mission startgespielt wird, brauchen wir noch einen Trigger, der die Nachricht auslöst. Also entweder zum Beispiel so ein Bereichstrigger, wenn die Einheit in den Bereich reinfährt, dann steht da, was weiß ich, ja, Unterstützung ist angekommen. Ich mach einfach mal einen Radio Trigger. Ne, setze ich hin. Doppelpunkt drauf, Activation Radio Alpha. Also das ist eben ein Radio Trigger, ein Trigger, der durchs Radio aktiviert wird. Und, das war's auch schon, was wir da einstellen müssen. Dann Rechtsklick, synchronisieren, da hin. Und dann, ja, genau, das ist im Endeffekt alles. Dann starten wir mal das Szenario. Jetzt können wir wieder auf 0, nochmal 0, eben zu den Radio Channels. Dann drücke ich die 1. Und dann wird eben die Nachricht abgespielt. Das ist halt ganz geil, weil das eben schon, ja, vorbesprochene Texte sind. Und nicht einfach nur eine Nachricht im Chat dann. Ähm, genau, ja, soviel zu dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und die nächsten Module werden auf jeden Fall kommen.